Ja, wir machen jetzt gleich weiter. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir sind hier, glaube ich, sogar schon live geschaltet oder zumindest gleich nach Las Vegas. Und warum sind wir jetzt hier gleich in Las Vegas? Da steht unser Kollege Sebastian Wolf auf der ReInvent und hier sehen wir ihn jetzt auch schon. Sebastian, die Frage ist, kannst du uns auch schon hören oder kannst du mich hören? Ich kann dich hören, Chris. Hi. Hey, Sebastian, schön, dich wortwörtlich hier zu sehen. Wie ist es denn da drüben? Es ist ziemlich aufregend, es ist spannend, es ist wahnsinnig viel los. Wir hatten ein bisschen einen hektischen Start, aber ansonsten fängt die Veranstaltung jetzt an, hier richtig Spaß zu machen. Es sind ungefähr 60.000 Leute hier, also etwa so die Größe wie auf der SPS, aber etwas anders aufgestellt. Und ja, wir sind ziemlich gespannt auf den ersten Tag jetzt hier, voll in Action. Was macht ihr denn da genau letztendlich? Also im Wesentlichen geht es ja darum, dass wir jetzt mit AWS, und das ist ja, glaube ich, auch in der deutschen Presse gestern gewesen, jetzt eine Partnerschaft eingegangen sind, um eben meins hier auf der AWS-Plattform laufen zu lassen. Im Wesentlichen sind wir hier, um genau das mit allen Teilnehmern hier der Konferenz zu besprechen. Wir haben verschiedene Panel-Diskussionen, wir haben Keynote-Präsentationen, wir haben hier einen kleineren Siemens-Stand, der nicht vergleichbar ist, leider mit der SPS, aber genau da werden wir über diese Themen sprechen und werden auch zum Beispiel diesen Discreet-Manufacturing-Prozess hier gemeinsam mit den Kollegen von AWS vorstellen. Ja, schön, dass wir da mal, wie gesagt, ein bisschen was von dir hören, Sebastian, und das Wetter in Las Vegas, denke ich, etwas besser als jetzt hier in Nürnberg wahrscheinlich, ne? Ja, wir haben etwa 20 Grad, die Sonne scheint heute tatsächlich, aber es ist dann trotzdem abends ziemlich kühlend. Gut, also, Sebastian, ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Spaß da in Las Vegas, und ab Januar läuft, wie gesagt, auch das Thema hier Mainz 4 Version 3 ja auch bei Amazon Web Services. Kannst du dazu noch was sagen? Genau, das ist richtig, also 15. Januar ist der Stichtag, ich darf eigentlich heute hier noch gar nicht so laut reden, weil wir erst in circa einer Stunde die Präsentation über dieses Thema hier haben, also das, was in Deutschland jetzt schon bekannt ist, werden wir in gut einer Stunde hier öffentlich bekannt geben, und genau darum geht's, also wir stellen uns breiter auf, das Open IoT Operating System Mainz hier wird eben, sag ich jetzt mal, deutlich flexibler, mehr Funktionalitäten, und AWS ist da genau der richtige Partner für uns. Vielen, vielen Dank, Sebastian, und wie gesagt, lass die Finger vom Blackjack-Table, ne? Ich hab's versucht, also, liebe Grüße nach Nürnberg. Adios. Ciao.